Ja, herzlich willkommen bei Borderlands mit Zully von Uriel Gaming. Ich spiele hier ganz alleine, aber wenn ihr zufällig ganz genau zuschaut und zuhört, könnt ihr vielleicht noch ein paar andere Stimmen hören. Aber ich kann es leise sein. Na, bist du doch jemand? Eine Stimme, dann kommt. Die Melodie von Tetris. Ja, leck mir nicht auf. Da ist auch noch ein bisschen da. Sehr schön. Tut das oder tut es nicht? Nein, lass ihn in Ruhe. Mein Schatz. Oh Gott. Das Auto brennt. Das Auto brennt. Lass es brennen. Dünne das Auto an. Mein Schatz. Wo bist du? Guck mal in deine Hose. Okay, das wird auf jeden Fall die psychohaltigste Folge. Scheiße, man, das Auto explodiert. Ich steige aus. Du sagst, mein Schatz. Gefängel, ich steige wieder ein. Engel? Nein, ich hänge. Ach, meine Witze. Oh, gastiger Jakon. Auf die Fresse jetzt. Konzentration jetzt. Wieso sagt doch gar keiner was? Ja, ja. Dann ist meine Stimme im Kopf. So, wo ist der Werteplan? Werteplan? Krass, weiter. Werteplan aus Folge 1. Weiter. Müssen da, da so lang, ne? Oh, Gegner, Gegner. Hastiger Hobbits. Schießen. Auf den Buggy, ja? Ja, wär gut. Örtliche Schüsse. Ach, sehr gut, Gott. Schnell schießen. Der Blackman schaut ab. Warum rückt ab. Warum rückt ab. Nein, ja. Alter. Du bist wieder nicht. Er hat seine Tabletten nicht genommen. Was? Oder zu viele. Er hat seine Toiletten nicht genommen. Tabletten. Er hat uns rechts, links, rechts. Wieder seine Toiletten. Er hat uns auf der Toilette getrunken. Einigung. Ich war sowieso. Kalksteine. So, ich fahr jetzt einfach hier blöd rum, ne? Ja, das machen wir alle. Da geht ins Ding Ray. Weißt du gerade nicht, wo ich hin soll? Rechts. Links. Chaos. Chaos. Ach, dachte, Mensch. Kann man einen markieren? Da kann man mal markieren. Gerade aus. Da über die Brücke. Ich zweifel über die Brücke. Jetzt ist er schon wieder hier. Immer völlig ins Ding. Da kommen wir so schlecht raus. Geht's denn da hinten lang? Vielleicht kommt man da raus. Ja, sieht nicht da nach was. Was war da durch? Ja. Wo passt es? So, Menka, machst du da. Ich suche die Brücke. Du sagst mir ja nicht, wo es lang geht. Du hörst die ganze Zeit nicht. Wie spinkt man denn? Hier, 180 Grad. Alter, wir sind zu nur Holzköppe. Moment, ich glaube, ich habe gerade den falschen Wacke. Geht nicht im Visier. Was? Wir töten Gegner. Sieht wenigstens einigermaßen sinnvoll aus. Ja. Geradeaus. Links, 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 links. Brauch, brauch, brauch. Kritisch. Links, nicht die Brücke, nicht die Brücke, nicht die Brücke. Geradeaus. Nein, nicht da wieder runter. Ja, gut, links, wenn du kannst, links. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Und jetzt geradeaus, geradeaus an dem Abrund vorbei. Und jetzt links. Cool your gaming in Perfektion. Links. Stopp. Jetzt steigen aus, das reicht. Wir haben Unfähigkeit perfektioniert. Bitte nicht nachmachen. Okay, genau. Bitte auch unser Slogan sein. Bitte nicht nachmachen. Gar nicht schlecht. Copyright. Genau, das hat noch nie jemand gesagt. Hey, ich bin schon wieder hier. Wie können wir runterspringen? Alter. Ich gucke jetzt auf ein Map. Mach mal. Da kommt ein Schogorath des Frosts. Ein Schogorath des Frosts. Ist ja langweilig auf ein Map gucken, ne? Ist schon tot jetzt. So, ich habe mal markiert, das ist für euch. Habt ihr mal mitgebracht? So, ich fahre jetzt hier lang. Und Sodi sagt mir jetzt mal, wo ich lang. Ich kann euch geradeaus. Sprung. Und jetzt links. Ich bin gleich tot. Oh, das ist ja. Du Drecksack. Ich bin tot. Bitte. So ein Pech. Sisi Joker ist tot. Ja, macht nichts. Gleich kehre ich wieder zu alter Stärke zurück, wenn der Mann nachläuft. Geht doch. Ne, ist neue Stärke. Da sind die. Da sind die. Dann gehen wir hier über die Treppe. Mit dem Buggy? Nein, ohne. Wir kommen. Oh, you're gaming. Oh, you're gaming, kommt. Die Kombi lautet 8008. Frag nicht, wo euch das weiß. Oh, Jakon, das ist dein Ding. Wenigstens hat der Laden noch Saft. Keine vierstellige Zahlen sind dein Ding. 0735. Dann, äh, Kreditkartenpinnen. Ja. Alle mitschreiben jetzt? Ja. Hast echt 0735? Klopfen. Versuch's. 8008. Haben wir eigentlich irgendwer gedruckt, oder was ist hier los? Drei. Oh, ist das spannend. Sieben. Warum gibt ihr das gerade ein? Weil's da steht. Ah, der Pin ist doch 8008. Ja, deswegen hat der gerade. Achso, ich meine ich ja. Ich dachte, der gibt das ein. 3705. Oh, Alter. Da hat einer zu viel Soma gespielt. Ich hab's nicht gespielt. Deshalb wahrscheinlich. Oh, Mann, das läuft ja hier wieder super. Wie geil ist denn das, bitte? Immer schon die eigenen Leute. Oh, ich hab 1000 Experien. Wer schießt denn hier? Ich. So, aufschließen. Ist das so ein kleines Mopad? Verbinde den Scramler mit dem Digi-Struct-Gerät. Scramler und Digi-Struct, hab ich da gehört. Like in einen Stingray. Bestell dir jetzt einen Stingray. Bestell. Ich mach mal alles. Blackwatch, mach mal. Erster Mechaniker, ich bin der Schütze. Ach. Gerade in Benutzung. Wer braucht denn da so lange? Hey. 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 Yeah. Oh, okay. Boah, jeder eins? Scheiße. Oh, kann doch Granaten werfen. Hier. Und hier. Auf geht's. Geil, oh, Mato. Tomato? Ey. Ich will doch gar nicht fahren. Ey, geil. Star Wars Battlefront Deluxe. So kann man leider keine, äh, keine Duellen machen, ne? In the day bis Pickle. Na gut. Dann Pickle war ne Runde rum. Ice Pickle. Die Waffen sind jetzt aber nicht so der Hit. Wie die Waffen? Ne, irgendwie nicht, ne? Oh, Spur. Oh, Spur. Oh, Spur. Mist, Mist. Tissi Joker weiß, wo es lang geht. Ja. Aber ich hab den Boost verpasst. Boost? Wo gibt's den Boost? Keine Ahnung. Wo seid ihr? In deinem Kopf. Oh, der geht aber schon. Oh, das ging aber, das war aber sehr knapp, war das. Fahr zu ihm. Ich fahre zu ihm. Ich spawne mal ein neues, Ding Ray. Ja, deswegen wäre es abgebrochen. Frechheit. Ja, Sissi Joker hat es abgebrochen, weil er ein neues Gefährt braucht. Jetzt dürfte er. Ne, ich guck mal, wie er rüberspringt. Kommt schon, macht mal was. Wer ist denn hier explodiert? Ich. Kommt schon, kommt schon. Springen, springen, springen. Schaffst du es, schaffst du es? Oh. Eine Runde Mitleid. Oh, ich bin schon da. Ey, hast du meinen? Alter. Ich dachte, ich wäre woanders gespawnt. Alles gut. In meinem... So, jetzt werde ich bei euch gespawnt. Das ist am einfachsten. So, wollen wir drücken? Lasst uns reisen. Ja. Wohin auch immer. So, egal. Wir müssen noch David's Pickel finden. Outlands Canyon. Die Outlands? Wir müssen Davids Pickel finden. Nicht David's. Hier spricht Colonel Sarpedon von der Lost League. Colonel Sandfurt. Alpis ist bald Schutt und Asche. Durchkämpft die Wüste. Wohin? Wir müssen noch mal auf der Explosion sterben. Wie alle anderen auf Alpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. So, los. Warum macht ihr denn nicht immer gleich zwei Autos fertig? Ja, ich weiß ja nicht, welche Farbe ihr wollt. Ist doch scheißegal, meine Güte. Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Entschuldigung. Auf zu Davids Pickel. Kann das mal einer markieren? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Geradeaus. Auch nicht. Da runter. Da runter? Ich glaube ja nicht. Nee, da nicht. Da nicht. Da nicht. Nein. Okay. Seid ihr schon wieder die Stimmen? Einfach mal durch das Tor. Geht das? Ich glaube oft. Dann müssen wir da runter. Vollgas. Vollgas runter. Vollgas runter. Lass mal hier hin. Wow, 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 wow. Oh, und Bremse. Wie geil. Ja, und Janu? Äh. Gute Ideen, Joker. Uh, was war der denn für ein Wheelie? Erzähl mir nichts von guten Ideen, ja? Wer ist denn den gekriegt? Hätte ich nicht machen sollen. Nee, war nicht ganz so eine gute Idee. Ich glaube, das wird nichts. Darüber? Wir könnten auch einfach zu Fuß hier weitergehen. Na ja, ein Versuch war es wert. Das war sehr realistisch. Geh jetzt einfach zu Fuß hier durch, so. Zu Fuß ist doch uncool. Ah. Aber vielleicht hat er recht. Hat passiert. Hui. Oh, oh, Gegner. 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 Oh, die haben einen Schild zerschossen. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Ich kann es glauben. So, du bist gleich tot. Oh, da ist einer direkt vor mir runtergesprungen. Hä? Der ist weggeworpt. Bam. Und nochmal. Bam. Oh, nein. Wir sind doomed. Dumbled. Drohnen. Zeigt, was ihr könnt. Jawohl. Achso, ich mach auch mal wieder ein Special hier. CC Joker Special. Ich auch. Bam, bam, bam. Löwenzahn. Wer wie was. Wer wie was. Wer nicht fragt, bleibt Jarkon. Er ist so schlau. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Alter, mach die Mucke aus. Was ist das? Du bist das. Das ist mein Roboter, wa? Ich glaube, die Mucke kommt aufs Spiel, oder? Nee, das ist der Black Mage ist das. Ja, mein Roboter war das. Der hatte gerade Party-Modus. Der größte Fehler. Alter, jetzt peitsche ich den Irren aus. Das mag er auch noch. Oh, 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 oh. Aua. Er hat ja alle tot. Ja, ich bin gleich tot. Er stirbt nicht. British. British. Und wo sind dann? Teamwork. Jawoll. Wenn ich das nochmal sagen werde. Ja, mit mir vor allen Dingen, ne? Das fällt mir ein bisschen schwer. Möchtest du im Gegend zugleich wieder eine Granate an den Kopf haben? Ich geh einfach nur gerne dich töten. Ach so, na dann. Können wir haben hier. Aua. Ich habe aber gerade keine Energie, das ist unfair dann. Na gut. Hast du Glück gehabt? Brauchst du uns weisen. So, weiter auf der Suche nach Davids Pickel. In dem. Aber wie kann man seine Energie jetzt eigentlich mal aufladen? Gar nicht. Irgendwo gibt es ja Medikids, aber wenn man, ich weiß auch nicht, irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn die aufsammeln. Wenn es halt. Ja, manchmal sagt er, dann ist es voll. Dann heißt es eigentlich, du musst welche haben, aber... Wahrscheinlich ist es dann auch voll. Nein. Das ist voll oder doch. Nein. Ich habe dann irgendwie... Doch, doch. Ich habe dann irgendwie 65 Prozent. Ich habe dann hier gerade jemanden runtergeschubst. Nein, nein, nein. Nein. Alter, wir wissen absolut immer nicht, was wir machen sollen. Wir laufen hier dumm rum. Wo ist jetzt das Problem? Das ist jede Folge desgleichen. Vielleicht sollten wir das neue Warhammer doch spielen. Warhammer? Alter. Sterbe, sterbe. Ich bin nicht. Wirst du denn da? Wo bist du denn? Ich bin nicht. Ach, scheiße. Nee, hier sterbe ich. Was ist denn das für eine Kacke? Ich bin so lieb. Ich bin runtergegangen. Du bist eine feige Sau, bist du. Oh, ich habe keine Munition mehr. Daran könnte es liegen. Okay, ich gehe jetzt jetzt zurück. Ich habe keine Chance. Wir müssen doch nach Osten noch nicht. Irgendwie müssen wir ja nach Westen, meine ich. Im großen Dinger. Wir müssen irgendwie nach oben müssen. Jetzt kill ihn. Bitteschön. Bitteschön. Schweine. Hätte zwar gerade gewinnen können, aber... Alter, wollt ihr gerade jetzt alle sterben, oder was? Jetzt muss ich wieder zurücklaufen wegen euch. Also einiges bleibt mal schnell mir. Der könnte mal... Der ist doch tot. Ich bin auch tot, du Vogel. Ach so. Du hast dich geheilt. Nee. Nee, mir wurde er geklaut. Ich habe ihn doch extra runtergeschossen. Hm? Auf null. Nein. Aua. Auf ungefähr 20 Prozent. Stirb. Au. Au. Ich habe hier keinen Gegner zum Töten. Das ist ein bisschen blöd. Oh, geile Schlampe incoming. Jetzt gibt es hier Sniper-Agen. Yes. Sully, ich rette dich. Darum haben sie auch alle gewartet. Die ganzen Folgen schon. Bist du denn? Ich bin zu weit weg. Alter, wo bist du? Jetzt geht mal in die Richtung, bitte. Hä, warum? Mal bitte ganz weit weg von mir. Was willst du denn hier? Hier, hier will ich überhaupt nichts. Ich will zurück zum Punkt. Zum Arealziel. Ja. Ja, aber da sind wir doch... Wir nehmen jetzt ein Auto und fahren in die andere Richtung. Hört einmal auf mich. Nein. Ja, ein Stingray. Aber da kommen wir zusammen nicht weit, ne? Na, macht er nichts. Macht er nichts von der Wanne, ne? Oh, nutzt das Ding halt schneller. Hallo. Ganz ruhig. Darkon weg. Ja, doch. Das ist Premiere, Premiere. Oh Gott. Oh, ich sollte auch lenken. Boah, du fährst wie eine besenkte Sau. Ja, ich hab vergessen zu lenken. Tut mir leid. Warum entschau dir, wie ich mich eigentlich? Weil du es nötig hast. Denkt immer gleich, wer es nötig hat. Immer diese scheiß Viecher, was das für ein Mist, Digga. Bin ich derjenige, der vorhin einen Porzellanteller abgeschossen hat? Alter, wir sterben gerade auch. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Geht schon wieder los? Ja. Hat jemand begrüßt? Nein. Wir sind mittendrin, Sully. Statt nur da. Das wäre schön, wenn du schießen würdest. Boat. Sisi, wo ist denn das Auto? Was hast du gerade in die Luft gesprengt, du Affe? Ach, ich dachte, du hast mir das in unserem Arsch weggeklaut. Ja, genau. Ich habe dich vom Fahrradplatz verdrängt. Rette mich. Ach, Sisi ist ja tot. Oh, Königin. Oh, ist auch das kaputt? Ich bin ein Roboter. Eis am Stiel. Boat. Warum bist du... Stirbst auch endlich. Hättest du ja wohl noch mal eine Sekunde aushalten können. Nee, ich dachte nicht, dass du kommst. Da dachte ich, nipple ich mal lieber schneller ab. Ich bin das nicht gewohnt, dass du mich rettest. Und gewohnt, gewohnt. Ich würde sie jetzt... Da ist sie down. Komm, wir sind mit dem neuen Auto vorbei, ne? Ich hol mir auch eins. Äh, nee, ich bin halt woanders gespawnt. Oh, ho, ho. Ah. Man kann nicht mal Unterschied... Das ist ein Kackspiel. Ich weiß nur, ich irgendwo. Ich scheißspiel. Will ich nicht mal wieder einsteigen hier? Ich bin gar nicht annähernd bei euch. Warum mich in Dugglesborn? Was soll denn das? Das macht nix. Also ich glaube, ich bin auf der anderen Seite. Hä? Bin ich denn? Ich habe hier ein Auto, falls jemand einsteigen möchte. Hier ist alles voll. Ja, komm mal vorbei. Ich warte hier quasi. Wir haben es gleich. Wohin denn? Hä? Ja, ich sammel dich ein. Jakon und Tully sind. Nee, das ist falsch. Da, wo sie waren vor 10 Minuten. Sammel dich ein. Ja. Oh, da kommt er. Da kommt er. Das bringt uns nix. Aber nicht. Du hast wie ein Schützen. Nein. Warum geht ein Schützen? Wer ist denn hier mein Verteidiger gewesen? Ich Fortschützen. Wo schießt du denn dann nicht? Ich habe die ganze Zeit geschossen. Auf was denn? Fliegende Wespen. Warum fahren wir ja nicht falsch? Ja, ich weiß nicht. Auf fliegende Lesben. Spawnen, spawnen, spawnen. Sully schießt die ganze Zeit auf fliegende Lesben. Aua, 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 aua. Sully, einsteigen. Ja, warte. Tu es. Du hast entdeckt der Krater des verlorenen Enthusiasmus. Jetzt sag mal einer, wo es lang geht. Ich bin gerade aus dem Auto geflogen über den Canyon. Scheiße. Das Problem ist echt die Wegfindung. Die Wegfindung, ne? Die Wegfindung, ne? Die Wegfindung. Ja, ja, die Wegfindung, ne? Ich habe ja mal Arschlecken Wegfindung. Dagegen schießen? Ist das irgendwie was, was... Mensch, man stirbt hier aber auch. Die Autos... Das geht echt schnell kaputt. Ey, das ist doch die andere Seite. Wo zum Teufel bin ich? Ihr habt mir auf der ganz falschen Seite abgesetzt, ihr Schweine. Ich habe mich auch nicht abgesetzt. Wir haben mich nicht abgesetzt. Wir haben mich auch nicht ausgesetzt. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Mülleck? Mülleck! Mülleck kann dir jetzt auch nicht helfen. Null, 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 du dummes Kind. Warum bist du da rüber geflogen? Ich töte mich. Ich fahre hier lang. Ey, dann sind wir jetzt wieder hier? Ja. Hui! Das ist scheiße, ey. Wir haben mich auch gerade getötet. Wahrscheinlich spawnen wir jetzt auch an unterschiedlichen Punkten. Kann ich auch steigen, doch. Jetzt sag ich nicht, ich muss wieder hier hoch. Wo ist denn hier der Scheiße? Ja, das ist wirklich einfach... Wir müssen noch viel weit. Wir müssen da hinten hier gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Black Mage ist in der Haus. Ey, dann warum sterbe ich? Ja. Bist du bei mir? Ja. Leute, einsteigen, es bringt alles nix. Ja, einsteigen, sagt er so. Wir haben nur ein Auto. Sully macht die Karte auf und sagt, wo es lang geht. Ja. Haben wir uns hier sitzen lassen. Also links. Oh, jetzt links. Hier ist eine Wand. Das ist auch geil, oder? Unter links. Ja, unter links. Gerade neue Autosituation. Ja. Du fährst diesmal, ich schieße. Okay. Was ist denn das? Na, ganz schön. Scheiße, es ist mir kalt. Und jetzt? Andere Farbe, andere Farbe. Ja, wohin? Lasermond-Kargel, genau den wollen wir. Ja, nee. Tully, was ist da los? Nee, in Grafit. Was bist du für ein Reli-Coach? Wir zurück. Wir zurück. So, ich fahre. Ja. Na denn. Wir müssen nach Nordwesten. Hier steht wer? Das sieht gut aus. Speckman. 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 Batman und Robin. Ich weiß es nicht. Da müssen wir nicht hin. Ja, das klappt. Nein, 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 nein. Steigt mal vorsicht selber aus. Nein, nein. Komm hier hoch, ich komm hier hoch. Oh, Alter. Das ist viel. Alter, fahr hin mal einen Haufen. Ich weiß nicht, wo es am Klau mal lang geht. Ja, 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 da lang. Kann mich mal bitte jemand einsammeln? Ich stehe hier in so einem Kader. Bisschen südlich jetzt. Bisschen südlich. Scheiße. Hey, ich fahre, ey. Das Auto ist gleich kaputt, also von da. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Das kann doch nicht so schwer sein. Sporn mal neues Auto. Wir müssen uns jetzt erstmal links und dann wieder rechts. Ich sporn gleich zwei. Alter, das ist ja jähn. Ach, Mensch. Diese Mistviecher. Okay, da müssen wir lang. Also hier rum. Dann hier hoch. Wir müssen P-Zulli. Spawn jetzt. P-Zulli. Oh nein. Das P ist stumm. So, hier lang. Nein, da lang. Und rechts lang. Wir fahren hier immer hin und her. Oh. Äh. Fünf weiter. Sieht schon gut aus in die Richtung. So, ich steig mal aus. Das gibt es doch nicht. Fightable Me. Bogans Ödnis. Wir haben sie entdeckt. Endlich. Darauf habe ich doch schon das ganze Spiel gewartet. Was für eine Ödnis. Bogans. Hier sind Gegner. Yes. Gegner. Das war doch der... Ich verstehe es nicht. Wer parkt das Auto so scheiße hier? Ich wollte den Durchgang für die Skeps versperren. Rumble in the jungle. Genau. Na komm her. Wurde doch. Alter. Meinst du, die Sachen treffen einfach so Derbe? Oh, tot. 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 Tot in der Nordsee. Ich würde sagen, wir laufen einfach durch. Aber das können wir eh nicht. Es wird nix. Es wird einfach nix. Oh, schon wieder tot. Scheiß Pilz. Tot? Ja, Pilze soll man nicht nehmen. Aber ich werde wieder überleben. Nö, ich laufe jetzt durch hier. Ich rushe jetzt bis zum Ziel. Bin ich zu ertragen, die Scheiße. Positionen jetzt auch alle. Dann schieße ich solid tot. Okay, ich habe es geschafft. Oh, schon wieder tot. So ist es, der Kameramann ist durch. Ich habe auch schon wieder keine Munition mehr. Ich könnte auch schon wieder reisen. Aber nein. Bin ich denn jetzt gelandet? Ich könnte aber sterben, dann könnte er da... Ha! Bei Jarkon, das ist gut. Ach nö. Ich glaube, jetzt ist Jarkon nicht da her. Lass mich. Ich möchte jetzt alleine gewinnen. Kriege dich, ich kriege dich. Ich glaube, jetzt kommen Gegner. Ich bin schon wieder gestorben. P-Tulli mit stummen P ist tot. Hast du schon wen sichten können? Ja, dich. Und? Gefällt es dir? Nee. Ich schließe Mütze auf. Mütze? Boah, das ist ein Ding. Dort haben sie ihn voll stark aus. Pickle. Pickle! Ich helfe gern, wenn der Kreis stimmt. Dafür erschließe ich ihn. Pickle die Packerpucke. Ja, der hat einen Pickler auf dem Kopf. Prost. Genau. Wenn Tim das schon nicht macht. Ich dachte, das war Tim. Nein. Wir hören uns so gleich an, wenn wir röpsen. Niemann. So, beeilt euch mal. Ey, hier ist Nummer 5 lebt. Ja, wir sind unterwegs. Drakensburg. Drakensburg. Doch. War irgendwie ein komischer Spielabschnitt. Welcher war es denn bis jetzt nicht? Ich gebe dir die direkteste Route auf dein Echo. Der eine da. Ach der, natürlich. Ja, ja. Und wenn du dich dort umsiehst, könnte ich ein bisschen schocken gehen. Aber worauf ich mir wieder Bock hätte, wäre so ein richtiger Endboss. Wo wir alle dauerhaft tot sind. Geil. Die Reise beginnt. Journey to hell. Jede Reise beginnt mit ihrem ersten Schritt. Bum, 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 bum. Das kommt doch aus der Hobbit, oder? Nein. Herr, der Ringe. Weiß nicht, wo das herkommt. Der Wichs ist hier. Oh, Munition. Kauft, was ihr kriegen könnt. Ja. Ding, 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 ding. Alles voll. Kann ich überhaupt nichts kaufen, weil alles voll ist. So, Hauptmenü. Wen kann ich denn mal kicken? Sie ist die Joker. Ja, das Problem ist, dann ist hier alles vorbei. Das ist der, der alles zusammenhält. Den kann ich nicht kicken. Da ist ein Gegner. Wir können gleichzeitig schießen alle und ihn töten. Das war ein super Treffer. Wadda bum. Kleiner Outlaw. Großer Outlaw und riesiger Outlaw. Und toter. Tissi Joker. Toter Outlaw. Ne, das wäre schön gewesen. Ja, Sonnenpudding. Alter, die vertragen aber auch was. Mann, Mann, Mann. Outlaws halt, ne? Wir müssen sie Brücke überqueren. Vorsicht, Sauerstoffniveau auf 50%. Sie sind ins Fall. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Was schießt du denn? Was war das denn, ey? Bock, was? Er ist auch in echt gestorben. Ja, genau. Geil. Hier sind gefährliche Fässer, sage ich noch. Okay. Alter. Tut mir leid. Ach, tut's ja nicht. Wo bist du? Ich töte dich. I kill you. Bekir. Bekir. Immer diese Verräter. Verräter-Schwein. Kann dich nicht wiederbeleben? Traitor-Kill geht nicht. Ich gehe springen. Da sind Kragan-Schneebeil. Ziemlich aggressiver Schneebeil. Oh, oh, oh. Oh, ein großer Schneebeil. Eine Lawine. Er hat auf mich zugesprungen. Ihr macht halt schon. Na ja. Easy peasy. Und ein Harikorn. Oh, da ist ja schon wieder einer. Oh nein, Nagelkorn. Und Schneebeil ist da. Warum muss ich denn alle Waffen nachladen? Mediket. Mediket. Äh, bin schon voll. Springt, meine Kinder, springt. Jumping out loud. Gieß mal die Schneebeil haben. Machen wir doch. Ich springe hier weg. Alter. Das Ziel ist der Weg und rüber. Ach du Scheiße. Ist hier wieder irgendwo. Ach so, man kann da springen. Ich kann schon fast wieder in den Tod gesprungen. Was denn das? Outlaw. Ich schalte mal was rein. Was ist denn Outlaw? Outlaw. 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 Alter. Unnötig. Vielleicht bin ich tot. Gleich bin ich tot. Gleich bin ich tot. Jetzt tötet ihn doch mal. Der Mensch, wir sind gerade am... Ja. Oh, ich hab's geschafft. Gesundheit. Ich hab's nicht geschafft, Timmy zurück. Erdet ihr nie wieder hören. Könnte mal jemand... Genau, könnte mal jemand... Bin da schön dabei. Wär voll Knorke. Da ist einer bei uns gelanget. Ist das recht? Könnte auch Sully gewesen sein, ich weiß es nicht. Nein, war man nicht. Oh, der ist ja fett, ist der. Oh, dann mach ich Sully auch noch mal platt. Ich vergesse immer meine Drohnen einzusetzen. Ich belebe ihn wieder. Oh, danke. Wiederbelebnis... Das ist ein Outlaw, wer der ist. Outlaw! Outlaw! Springt! Verteidigungsring aufbauen. Fragt sich jeder, was ist ein Verteidigungsring? Ich kenn nur Angriff. Oh, schon wieder keine Munition mehr. Das ist mega nervig, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Indem wir schießen und nicht immer nur rumliegen. Irgendwann. Irgendwann schießt er auch. Wollen wir nicht mal zu viertem Beat'em Up gegeneinander spielen? Nicht zu viert gegeneinander. Black Mage und ich kämpfen zwar nicht gegeneinander, weil wir haben einen Pakt, aber den Rest. Das ist für eine feige Scheiße. Ne, wir haben uns tatsächlich schon mal fast auf die Fresse gehauen. Ne, das könnt ihr doch mal wieder machen, dann ist man endlich Ruhe. Toal Calivar war es. Ich weiß es noch genau, als ob es jetzt sein war. War so grausam. Sind wir jetzt gerade alle im Sturm? Ne, ich leb noch. Die Schweine sterben nicht. So, ich versuch gerade diesen gepanteten Outlaw zu töten. Outlaw Badass, der ist auch echt. Keine Munition für nix. Ja, wo bin ich denn jetzt? Löner Mann am Ende der Welt. Löner Mann am Ende der Welt. Wo gibt's die Muni? Löner Mann am Ende der Welt. Au, tot. Au, mich hat zerrissen. Au, au, lebt noch wer? Ich würde sagen, wir machen mal den fliegenden Wechsel. Juhu.